Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Immer freie Fahrt trotz Blitzerfotos. Legal und zuverlässig. Lassen Sie sich vom Bußgeldkatalog nie mehr ausbremsen. Behalten Sie Ihren Führerschein. Hebeln Sie jedes Fahrverbot aus. Bleiben Sie dabei immer auf dem Boden bundesdeutscher Gesetze. Dieses Buch ist eines ganz gewiss nicht. Ein Freifahrtschein zum verantwortungslosen Rasen. Aber verantwortungslos ist auch die blindwütige, exzessive Radarblitzerei von Polizei und Ordnungsämtern. Sind auch Sie in solch eine heimtückische Radarfalle getappt? Droht Ihnen gar der Verlust des Führerscheins? Gerade wenn Sie wiederholt negativ aufgefallen sind, kann Sie die ganze Härte des aktuellen Bußgeldkatalogs treffen. Es sei denn, Sie nutzen das einzigartige Wissen aus diesem Buch. Natürlich können Sie auch weiterhin obskure Geräte und Apps benutzen, die Sie in Ihr Auto einbauen können, um Sie vor Radarfallend zu warnen. Warnen muss ich Sie aber auch davor, dass dieses Rüstzeug samt und sonderst strafbar ist. Begeben Sie sich also nicht unnötig in Gefahr. Wenn Sie das Wissen aus diesem Ratgeber nutzen, brauchen Sie solche zweifelhaften Techniken überhaupt nicht mehr. Denn die Lösung Ihres Radarfallendproblems liegt im neuen Bußgeldkatalog selber. Er strutzt nur so vor Schlupflöchern. Sprich, selbst wenn gegen Sie ein Blitzerfoto vorliegt, haben Sie noch Möglichkeiten, heil aus der Nummer herauszukommen. Nun fragen Sie sich bestimmt, wie das denn bitte schön gehen soll. Nun, es ist fast schon ein Treppenwitz. Diese wirkungsvolle Anti-Blitzer-Strategie wurde von einem Staatsanwalt entwickelt. Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt ist er auf diesen super Trick gekommen. Wie das genau abgelaufen ist, ist eine Anekdote für sich. Die finden Sie natürlich in diesem Buch. So viel vorweg. Die beiden juristischen Korriphäen setzten bei der Strafbarkeit der eigenen falschen Beschuldigung bei Verkehrsbehörden an. Den beiden Juristen fiel eines auf, die falsche Selbstbezichtigung ist nicht strafbar. Und das ist die Lösung Ihres Blitzerproblems. Denn sogar nach dem neuen Bußgeldkatalog, der seit Mai 2014 gilt, können Sie mit dieser Bestimmung Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge von Geschwindigkeitsübertretungen pulverisieren. So ziehen Sie Ihren Hals gekonnt aus der Schlinge. Natürlich müssen Sie einiges beachten, wenn Sie diesen Trick anwenden. Genau dieses Thema finden Sie in dem Ratgeber Blitzen ohne Punkte. Als einziges Buch auf dem Markt zeigt dieser kompakte Leitfaden, wie Sie dieses Wissen korrekt anwenden und mit heiler Haut aus der Blitzerfalle kommen. Und zwar legal. Haben Sie keine Hemmungen, dieses einzigartige Know-how zu Ihrem Vorteil anzuwenden. Ihre Widersacher halten Sie ja auch nicht zurück, wenn es darum geht, Ihnen Unmengen von Geld aus der Tasche zu luchsen. Oder durch die Verhängung von drakonischen Fahrverboten, Ihre gesamte wirtschaftliche Existenz zu gefährden. Dieser Ratgeber sorgt für Waffengleichheit. Erst recht, wenn Sie durch die Tempoüberschreitungen niemand gefährdet haben und nur durch eine reine Zerstreutheit in den Blitzerfahren getappt sind. Blitzen ohne Punkte verschafft Ihnen wertvolle Vorteile. Straffreiheit trotz überhöhter Geschwindigkeit. Straffreiheit trotz Blitzerfotos. Straffreiheit trotz drohendes Bußgelds. Straffreiheit trotz Punktedrohung. Straffreiheit trotz in Aussicht gestellten Fahrverbots zwischen ein und drei Monaten. Hören Sie auf meinen Rat. Erstens, fahren Sie immer verantwortungsbewusst und missbrauchen Sie dieses Wissen nicht. Zweitens, schützen Sie sich vor katastrophalen Folgen von Fahrverboten und anderen Strafen, die nach dem Blitzen auf Sie zukommen können. Erst recht, wenn Sie bei den Verkehrsbehörden ohnehin schon ein guter Bekannter sind und in deren Fadenkreuz stehen. Die Investition für dieses Buch ist vergleichsweise klein, verglichen mit dem wirtschaftlichen Schaden, den Sie erleiden, wenn Sie dieses geniale Schlupfloch nicht kennen. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher